Fuchs und Maus Füchschen, sagt die Fuchsmama, hör mir zu und lass dir sagen, Mäuse sind zum Fressen da, die gehören in den Magen. Darum sei ein braves Kind und friss deine Maus geschwind. Ängstlich sah die kleine Maus zu dem kleinen Fuchs hinüber. Ach, gleich ist mein Leben aus, dachte sie und rief. Mein lieber kleiner Fuchs, ich bitte dich, sei so gut und friss mich nicht. Komm, rief da das Fuchskind schnell, komm, solange Mama wegsieht. Schnell, setz dich hier auf mein Fell und dann raus, bevor sie's mitkriegt. Nichts wie los, ganz still und leise, machen wir uns auf die Reise. Und so rettete der Fuchs, unserer kleinen Maus, das Leben. Leise, ohne einen Mucks, schlichen sie davon soeben. Und im Wald, da sieht man nun Fuchs und Maus zusammen ruhen. Dann schlichen Dank. Vielen Dank.